Cash Test, Horizons Gold Yield ETF, Kurzporträt. Zum Abschluss der Besprechung von James Rickards Goldbuch schrieb ich, typischerweise dient physisches Gold als natürlicher Hedge gegen schwächelnde Papiergeldsysteme. Diese Funktion hat Gold inne, da es über keinerlei Konterpartrisiko verfügt. Das heißt, in keinem gläubiger Schuldnerverhältnis, sondern gewissermaßen allein für sich steht. Damit scheidet das Edelmetall als Anlageklasse für Einkommensinvestoren eigentlich aus. Tatsächlich existiert aber ein börsengehandeltes Wertpapier, welches die Hedgefunktion des Goldes mit einer Ertrags- und Ausschüttungsstrategie koppelt und es damit auch für Einkommensinvestoren wieder glänzen lässt. Dieses Investment werde ich in einem späteren Blogbeitrag in gewohnter Ausführlichkeit besprechen. Bei dem Wertpapier handelt es sich um den Gold Yield ETF des kanadischen Anbieters Horizons. Das Wertpapier selbst ist als Exchange Traded Fund ETF konzipiert und wird an der Toronto Stock Exchange TSE gehandelt. Üblicherweise wird das Fondsvermögen eines ETF passiv investiert. Das heißt, Entscheidungen über Käufe und Verkäufe erfolgen automatisiert nach festen Regeln. Allerdings bildet der Gold Yield ETF im Gegensatz zu den hier bereits vorgestellten Global X Super Dividend ETF und Power Shares Preferred Shares ETF keinen Index, sondern eine spezielle Strategie ab. Konkret verfolgt er eine sogenannte Covered Call Strategie. Fonds, die eine solche Strategie umsetzen, werden daher auch als Covered Call Fonds bzw. Covered Call ETF bezeichnet. Diese habe ich ausführlich in Kapitel 16.4 von Bargeld statt Buchbewin besprochen. Die Funktionsweise sowie Chancen und Risiken eines solchen Strategie ETFs möchte ich nachfolgend direkt am Beispiel des Gold Yield ETF demonstrieren. Historie und Kennzahlen Vorab noch einige Worte zur Firma Horizons. Hierbei handelt es sich um ein recht junges Unternehmen, das erst 2005 in Toronto gegründet wurde. Die innovative Firma hat sich dabei von Anfang an auf die Emission und Verwaltung unkonventioneller ETFs spezialisiert. Neben Covered Call ETFs umfasst die Produktpalette überwiegend weitere Strategie ETFs wie beispielsweise gehebelte oder inverse Fonds. Stand November 2017 betreut Horizons ein Vermögen von knapp 9 Milliarden kanadischen Dollar in 80 ETFs, die allesamt an der Heimatbörse TSE notiert sind. Seit 2011 gehört Horizons zum südkoreanischen Vermögensverwalter Mirai Asset Global Investment Group. Wie genau funktionieren Covered Call ETFs? Hierbei wird ein Basiswert wie beispielsweise eine Aktie, ein Index oder eben ein Rohstoff mit einer Optionsstrategie gekoppelt. Optionen sind das nicht diese hoch riskanten Finanzwetten? Ja, sofern die Option ungedeckt ist. Nein, sofern sie gedeckt ist. Letzteres ist bei Covered Call Strategien immer der Fall, daher auch der Name. Ein Covered Call ist eine Kaufoption, die den Käufer berechtigt, aber nicht verpflichtet, besagten Basiswert zu einem vorab festgelegten Preis, den Ausübungspreis, innerhalb eines bestimmten Zeitraums vom Verkäufer der Option zu erwerben. In der Regel umfasst ein Optionsgeschäft, ein sogenannter Kontrakt, 100 Einheiten des Basiswerts. Die Laufzeiten bewegen sich zwischen einem und 24 Monaten. Hat der Verkäufer, Stillhalter, den Basiswert im Bestand, ist die Option gedeckt, englisch covered. Somit ist sichergestellt, dass bei Ausübung der Option durch den Käufer das Wertpapier geliefert werden kann. In diesem Fall ist also ein Emittentenrisiko ausgeschlossen. Der Stillhalter erzielt dabei eine Einnahme aus dem Verkaufspreis der Option. Die sogenannte Optionsprämie zahlt der Käufer für den Erwerb des Kaufrechts. Plastisch möchte ich die Funktionsweise anhand eines fiktiven Beispiels verdeutlichen, das ich bereits in Bargeld statt Buchgewinn verwendet habe. Ein Anleger erwirbt zu Jahresbeginn 100 Aktien zum Preis von 50 Euro pro Stück. Die Gesamtinvestition beträgt also ohne Berücksichtigung der Gebühren 5000 Euro. Die Gesellschaft hat zudem bereits die Ausschüttung einer Dividende von einem Euro je Anteil für das neue Jahr beschlossen. Nach Verbuchung der Titel in seinem Depot verkauft der Investor auf die gesamte Position eine gedeckte Kaufoption. Diese beinhaltet das Recht, die 100 Aktien zum Preis von 55 Euro pro Stück bis zum Ende desselben Jahres beziehen zu können. Als Optionsprämie verlangt der Anleger 6 Euro pro Aktie. Der Preis für den Kontrakt beläuft sich also auf insgesamt 100 mal 6 Euro bzw. 600 Euro. Wie könnte am Jahresende die Gewinn- und Verlustrechnung für den Anleger aussehen? Dies hängt vom Kursverlauf der Aktie ab. Jahresschlusskurs 50 Euro Da der Kurs unter dem Ausübungspreis der Option liegt, lohnt sich die Ausübung für den Käufer nicht, da er die Aktien über die Börse preiswerter beziehen kann als via Option. Sie verbleiben also im Eigentum des Anlegers. Sein Depotwert beträgt und verändert 5000 Euro. Zudem sind ihm die Optionsprämie von 600 Euro sowie eine Dividende in Höhe von 100 Euro zugeflossen. Das Gesamtvermögen des Anlegers beläuft sich nun auf 5700 Euro. Das ergibt eine Jahresrendite von 14%. Jahresschlusskurs 60 Euro Da der Kurs über dem Ausübungskurs liegt und der Käufer der Optionen einen sicheren Arbitragegewinn erzielen kann, sofern er die bezogenen Aktien umgehend über die Börse veräußert, übt er diese aus. Der Anleger verkauft ihm seinen Aktienbestand zu 55 Euro je Aktie. Neben dem Verkaufserlös von 5500 Euro kann er die Optionsprämie von 600 Euro sowie die Dividende von 100 Euro verbuchen. Sein Vermögen beträgt insgesamt 6200 Euro, was einer Jahresrendite von 24% entspricht. Jahresschlusskurs 70 Euro Wie im Fall zuvor lohnt sich für den Käufer die Ausübung der Optionen. Sein möglicher Arbitragegewinn steigt sogar überproportional an. Für den Anleger ändert sich hingegen nichts, da er nach wie vor verpflichtet ist, seinen Aktienbestand zu 55 Euro je Stück an den Käufer der Optionen zu veräußern. Seine Jahresrendite beträgt damit unverändert 24%. Jahresschlusskurs 40 Euro Analog zum ersten Fall lässt der Käufer der Optionen sein Ausübungsrecht verfallen. Der Depotwert des Anlegers ist auf 4000 Euro gesunken. Zuzüglich der vereinnahmten Summe aus Optionsprämie und Dividende von insgesamt 700 Euro beläuft sich sein Vermögen auf 4700 Euro. Seine Rendite für dieses Jahr beträgt minus 6%. Fazit Eine Covered-Call-Strategie lohnt insbesondere bei stagnierenden sowie leicht steigenden oder fallenden Kursen. Bei stark fallenden Kursen bietet die Strategie ein Puffer in Höhe der Optionsprämie. Bei stark steigenden Kursen deckelt die Ausgabe der Kaufoption den realisierbaren Kursgewinn auf Höhe des Ausübungspreises. Voraussetzung dafür ist, dass ein liquider Handel mit Optionen auf den Basiswert existiert. Vermutlich hat sogar der eine oder andere Leser zumindest unbewusst in ein Covered-Call-Papier investiert. Tatsächlich steckt hinter den recht bekannten und beliebten Discount-Zertifikaten exakt ein solches Konstrukt aus Wertpapier und Kaufoption. Was zum Beispiel oben mit Aktien demonstriert wurde, funktioniert im Prinzip auch genauso mit Gold. Hierbei entfällt natürlich die Dividende. Statt einer Aktie hält der Anleger eine entsprechende Position Edelmental, auf die nach oben muss da Kaufoptionen verkauft oder geschrieben werden. Bei Gold ist das jederzeit sehr preiswert möglich. So existiert beispielsweise an der weltweit größten Terminbörse, der Chicago Board Options Exchange, CBOE, ein äußerst liquider Handel mit Optionen auf das Edelmental. Theoretisch könnte sich jeder Investor selbst eine solche Lösung stricken. Allerdings erfordert die Umsetzung einer Covered-Call-Strategie spezielles Fachwissen und aktive Depotpflege. Passivorientierte Einkommensinvestoren können beides seit Ende 2010 an das Management des Gold Yield ETF delegieren. Die einzige Position des ETFs ist Gold, welches aus Kostengründen über den SPDR Gold Trust ETF gehandelt wird. Ein ETF, der selbst wiederum Anteile an physischem Gold verbrieft. Auf etwa ein Drittel dieses Goldportfolios schreibt der ETF laufend Verkaufsoptionen. Die Nettoerlöse aus der Optionsstrategie werden regelmäßig ausgeschüttet. Die Marktkapitalisierung des ETF liegt bei gut 21 Millionen kanadischen Dollar. Die Dividendenrendite betrug zuletzt auf das Jahr hochgerechnet etwa 5%. Konditionen und Besteuerung Der Preis für die Delegation von Fachwissen und Zeit ist moderat. Auf 0,6% summieren sich die Managementkosten. Das ist mehr als bei vielen ETFs üblich. Andererseits erfordert die Covered Call Strategie einen administrativen Mehraufwand, der vergütet werden will. Handelbar ist der ETF ausschließlich über die TSE. Wie bereits früher festgestellt, sind nicht alle gängigen Online Broker an diesen Börsenplatz angebunden. Detailliere Angaben zu 15 Brokern stehen in meinem Bonusreport, den jeder Abonnent meines Blogtelegramms erhält. Die Ordergebühren an der TSE sind in der Regel geringfügig höher. Als die an den großen US-amerikanischen oder europäischen Börsen. Fallen bei einem günstigen Broker aber kaum ins Gewicht. Anleger, die den ETF erwerben wollen, sollten ihre Order in jedem Fall limitieren. Mit seiner Marktkapitalisierung fällt der Fonds für kanadische Verhältnisse zwar nicht aus dem Rahmen, ist im internationalen Vergleich aber dennoch ein Leichtgewicht. Das hat zur Konsequenz, dass der Kauf- und Verkaufskurs phasenweise deutlich auseinanderfallen kann. Um hier nicht zu teuer einzukaufen oder zu billig zu verkaufen, sollte daher immer ein Kurslimit gesetzt werden. Wie für viele kanadische Wertpapiere üblich, schüttet der Gold-Yield ETF monatlich aus. Die Ausschüttungshöre variiert allerdings. Im Jahr 2017 zwischen 1,74 und 2,18 Cent je Anteil. Das liegt daran, dass der Preis der Ertragskomponente, also der Kaufoptionen, in Abhängigkeit zahlreicher Parameter schwankt. Zu diesen Parametern gehören beispielsweise die Laufzeit, die Volatilität des Basiswerts und der Ausübungspreis. Steuerrechtlich haben wir es hier mit einem Sonderfall zu tun. Denn im Gegensatz zu einem normalen ETF erzielt der Gold-Yield ETF einzig und allein Erträge aus dem Verkauf von Optionen. Hierbei handelt es sich weder um Dividenden noch Zinsen oder Kursgewinne, sondern um sonstige Einkünfte. Für diese sieht das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Kanada und Deutschland 25% kanadische Quellensteuer vor, die in voller Höhe auf die hiesige Abgeltungssteuer angerechnet werden kann. Faktisch entfällt damit hierzulande eine weitere Besteuerung. Es gibt allerdings auch Broker, meines Wissens Internex aus Luxemburg, welche auf die Erträge analog zu Dividenden nur 15% Quellensteuer anbehalten. In diesem Fall sind weitere 10% Abgeltungssteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer fällig. Chancen und Risiken Den Ausschüttungen zum Trotz hat der Gold-Yield ETF den Anlegern bisher keine rechte Freude gemacht. Dafür ist weniger die Strategie, denn vielmehr der Basiswert verantwortlich. Nur wenige Monate nach Auflage des Fonds, am 6. September 2011, markierte der Goldpreis sein bisheriges Allzeithoch bei 1920 US-Dollar und 65 Cent je Unze. Danach ging es bis Anfang 2016 stetig bergab. Seither pendelt der Unzenpreis um die 1200 US-Dollar. Die bisherige Entwicklung verdeutlicht, dass die Chancen und Risiken des Gold-Yield ETF in erster Linie unmittelbar am Goldpreis hängen. Die Optionsstrategie kann bestenfalls flankierend wirken, bei fallenden Kursen also den Verlust reduzieren. Hier sind wir auch bei einem zweiten wichtigen Punkt, der über das Wohl und Wehe des Fonds entscheidet. Das Management der Optionsstrategie. Eine Covered-Call-Strategie ist hier im Wesen nach konservativer als eine Direktanlage. Wie etwa der Vergleich einer Aktie mit einem entsprechenden Discount-Zertifikat, welches Chancen und Risiken senkt, belegt. Zudem verfügt der Stillhalter in aller Regel über einen systematischen Vorteil. Beides greift jedoch nur, wenn entsprechende Strategien professionell umgesetzt und vor allem Risiken konsequent überwacht und gegebenenfalls glattgestellt werden. So existieren auch Negativbeispiele, schlecht gemanagter Coward-Call-Fonds, was sich unschwer an den Kursverläufen im Zuge des Lehmann-Crashs im Jahr 2008 und der anschließenden Erholung der Weltbörsen ablesen lässt. Hier bleibt dem Anleger letztlich nichts anderes übrig, als auf die Fachleute von Orysons und ihre Expertise zu bauen. Wie sieht die langfristige Perspektive für Gold aus? Das ist schwer zu beurteilen. Die jüngste globale Schuldenorgie hat dem Kurs des Bedelmetalls bisher jedenfalls ebenso wenig Auftrieb gegeben, wie die nach wie vor schwelende Euro-Krise oder die politische Großwetterlage. Andererseits, wenn Sie die Wahl hätten, Ihren Nachkommen 100 Jahren eine Million Euro in Gold oder in Bundesanleihen zukommen zu lassen, wofür würden Sie sich entscheiden? Den Vorteil einer ergänzenden Goldanlage demonstriert aber ohnehin der rohbige Kursverlauf, vor allem im direkten Vergleich mit einem beliebigen der großen Aktienindizes. Sowohl den Platzen der Dotcom-Blase ab 2001 als auch dem Ausbruch der Weltfinanzkrise ab 2007 folgten Börsen-Crashs mit historisch außerordentlichen Kursverlusten. Der Goldkurs schloss beide Extremphasen hingegen mit einem deutlichen Plus ab. Hier liegen sicherlich zwei drastische Beispiele für eine wünschenswerte Gegenläufigkeit, negative Korrelation, zweier Anlageklassen vor. Der Wert des Goldes besteht also vor allem in seinem Beitrag zur Optimierung des Rendite-Risikoprofils, eines Wertpapierportfolios, Diversifikation. Und ja, dafür eignet sich durchaus auch Papiergold. Zusammenfassung und Stammdaten Einkommensinvestoren, die ihr Portfolio um eine Rohstoffkomponente ergänzen möchten, kommen kaum um Covered-Call-Produkte herum. Sie kombinieren den Substanzwert des Rohstoffes mit den laufenden Erträgen aus gedeckten Stillhaltergeschäften. Dieser Ansatz lässt Warren Buffetts berühmte Goldkritik aus seinem Aktionärsbrief von 2011, wonach es viel besser sei, eine Gans zu haben, die Eier legt, als eine, die einfach nur da sitzt und Versicherungs- und Lagerkosten verursacht, ins Leere laufen. Der Gold Yield ETF von Horizons bildet besagte Strategie mit dem gelben Edelmetall als Basiswert zu vertretbaren Konditionen ab. Als Beimischung bzw. zur Diversifikation eines Hochdividendenportfolios ist der Fonds nach meinem Dafürhalten gut geeignet. Der Gold Yield ETF ist über das Börsenkürzel HGY an der Toronto Stock Exchange handelbar. Die internationale Wertpapierkennummer ISIN lautet CA 44050F1036. Zahlreiche weitere Wertpapiere, die eine ertragsstarke Coward-Call-Strategie verfolgen, finden sich einschließlich aller wichtigen Informationen im Premium-Bereich. Das ist das Börsenkürzel HGY.